Hallo, mein Name ist Uwe Hauser und wenn du schon Erfahrung hast und Interesse hast, bei uns anzufangen als Projektleiter von der Steckdose bis zur Mittelspannungsanlage, dann melde dich bei uns. Mein Name ist Roland Bicker, ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Bitburger Hochspannungsanlagen. Mit unserem Unternehmen mit Sitz in Bitburg und einer Niederlassung in Köln errichten wir Elektroanlagen für Industriekunst und öffentliche Aufträge. Wenn du Meister wie ich, Techniker oder Ingenieur bist, haben wir Verwendung für dich. Unser Leistungsspektrum geht dabei weit über die gewöhnliche Elektroinstallation hinaus. Wir errichten Nieder- und Mittelspannungsanlagen, bauen Trafostationen, bauen Beleuchtungsanlagen und wir binden Netzersatzanlagen und Photovoltaikanlagen in bestehende Nieder- und Mittelspannungsnetze ein. Wir beschäftigen ca. 60 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die in der Regel auch ihren Feierabend zu Hause verbringen. Besonders hervorheben möchte ich die große Entscheidungswege, da diese direkt mit der Geschäftsleitung durchgeführt werden. Mein Name ist Anna Weber. Ich bin seit acht Jahren Teil der Firma. Als Mitarbeiterin in der Verwaltung bin ich unter anderem für die Auftragsbearbeitung zuständig und finde es sehr wertvoll, eigenständig arbeiten zu können. Und schätze vor allem den freundlichen und kollegialen Umgang miteinander. Wir suchen nun dich als genauso motivierten Mitarbeiter für unsere zukünftigen Projekte. Mein Name ist Jasmin Pindt. Ich arbeite seit sechs Jahren bei der Firma BHA und ich bin ein Teil der Personalabteilung. Wenn du dir vorstellen kannst, bei uns mitzuarbeiten, dann klick auf den Link, beantworte uns ein paar Fragen und ich werde mich umgehend bei dir melden.